Die zwei, dann sind sie. Ist es rausgekommen? Wollt kein Ausbeuten, nur Arsch! Es wird bald vorbei sein! Scheiße! So, haben wir es da, oder? Und Schlüsse haben wir auch jetzt. Fantastisch! Hühnerbrötchen. Sieht aus wie ein Fleisch, aber das ist Hühnerbrötchen. Okay. Ja, das waren die beiden. Ja, aber die ist jetzt ganz woanders, ne? Guck mal. Ja, die ist in dem Gefängnis. Okay, dann poppen wir uns da mal hin. Anheben wir uns. Ah, scheiße. Und gehen wir denn nach Bodenwisch? Ja. Kannst du mir auch helfen können. Steht der da, die ganze Zeit da rum. Steht der Schwerheit weg. Nein. Oha! Letzter! So. Jetzt aber! Na Ochsen fort! Ach, da waren wir ja lange nicht mehr. Also für mich ist es schon lange nicht mehr her. Lange nicht. Lange nicht. Lange. Her. So. Ich hoffe, die tun mir nix. Toll. So hört sich auf jeden Fall ermutigend an. Ah, hier müssen wir gehen. Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Ähm. Mistkerle. Ein Bruder des Ordens der Flammenhose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißem Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Und geholtet? Nein. Nur getötet. Ach. Stattlich und langweilig zugleich. Hier Katzenauge. Ich hab Angst vor der. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Ach ja, ich hab voll Angst vor der, Alter. Hilfe! Na ja. Wir haben jetzt erledigt. Genau. Ja, 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 ja. Nimm mich auch. So, jetzt gehen wir nach. Äh. Äh. Dings der Boomster. Stadtviertel da. Wo wir eben waren. Brunnenwisch. Äh. Da. Das war ja hier, ne? Neue Mühle. Ja, komm zur Neumühle. Boah, die Ladebüchung gehen echt schnell, wa? Fabelhaft. So, Quests. Ah, das ist die Hauptquest. Die machen wir später. Ähm. Wo ist das? Ähm. Ähm. Hey. Wird mir nicht schon angezeigt? Hä? Hör mir nicht schon angezeigt? Hä? What the fuck? Hm. Aber hier. Das können wir machen. Die verfluchte Kapelle. Du suchst hier die Katakomben von Krypta. Äh, der Krypta. Von Krypta. Der Krypta meine ich. Ah, wir müssen mal schärfen. Guck mal, alter. Voll nicht übertrieben. Am Arsch. Oh, wir haben auch fast nichts mehr. Alles. Na, lass mal. Außer haben wir keine Sockel in dem einen. Was ist das für ne Scheiße? Stimmt. Ich hatte ja... Ich glaube, ich habe was gekauft, aber für später, ne? Ja, das hier. Ah. Oh, eine Stufe. Ich habe die meinen da, ne? Da drin. Das plötzlich fängt er dann zu rechnen. Ein Sturm. Verdammt. Waren wir nicht schon mal hier drin? Ne. Da lassen wir die A. Verfluchte Mutter. Warte, warte, warte. Ach, so eine Scheiße ist das. Ich hasse das, ne? Wo ist sie? Da. Ja, komm. Komm. Nice, what's up. Komm. Ah, die ist noch fast tot. Yeah. Das war sie. Das ging, ne? Nein, das ist nichts krasses. Okay, wir sind nicht voll. Okay. Okay. Da ist noch was. Neumondrüstung? Was ist das denn? Ah, jetzt sind wir voll. Neumondrüstung. Das hört sich ja geil an. Sieht cool aus, ne? Könnte so ein Jägeroutfit sein. Ah, das kann man. Tausend. Krass. Ja, werfen wir das weg. Nein, nicht. Wegwerfen. So. Boah, wie viel wiegt denn das? Das geht. Da kann man was herstellen. Da kann man was herstellen. Von den Sachen kann man nichts machen, ne? Ah, hier. Goine Pirol. Alles fehlt uns. Ähm. Ja, die sind schon schlecht, ne? Ja. Was ist das für ein Schwert? Ne. Weg. Ah, Mann. Da ist noch ne Truhe. Ach, du Scheiße. Das ist nicht so toll. Und hier sind die Stiefel, okay? Zeig mal. Zeig mal. Hm. Schön. Verwasch mich in meine Kiste, glaub ich. Sieht auf jeden Fall nett aus. Hey, da waren wir noch gerade, oder? So. 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 jetzt kommen wir mal Plätze rufen ach kommt von den Toten ähm quescht was haben wir noch gehabt von O4 ist fern gestanden was war da hinten ok und das hier ach ganz hinten da hä ich hatte hier werden voll viele anscheinend doch nicht, wa? ah jetzt das ist doch ne verarsche weil immer bist du hier angezeigt los lauf ach der ist das dich wiederzusehen ist mir eine große Freude ähm was hast du aus O4 alles dabei darf ich mal sehen hey wie kann man das Geld jetzt geben? pass auf dich auf geh und der Ruhm der Welt sei mit dir ihre unendliche Schöpfung sei gelobt lebe wohl ja das ist nicht der gewesen so da drin ah das ist der gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung ich hab etwas Geld dabei es ist ein Anfang ein teures Handwerk doch es kostet mehr als Geld ich brauche auch einen Stein aus Jade von angemessener Größe mal sehen was ich tun kann ich finde eine Spitzhacke Qualität hat ihren Preis okay aber ich will was verkaufen blablabla 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 ähm da braucht man nicht alles das viel wiegt kann weg wollen wir denn damit ja beim fläschchen bin ich mir nicht so sicher ich habe 80 stück von dem fläschchen hier wird das beikopf abgenutztes leder die ganzen fälle deswegen wie ich so viel deswegen ja das kann erst mal wildschwein fehl äh 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 mein gott das ist eine spitzhacke da offenbar gibt es einige kleine jadevorkommen nordöstlich von novigrad ich sollte dort mein glück versuchen ganz schön weit na toll mhm warte mal denn warte wo soll das genau sein 3 das ist aber nur 2 also da ist noch eins da ja dann geh ich mal jetzt da da oh weiter so plätze so schneller fluss aufwärts ah so eine macken scheiße ist das also wir freiden dich aus abschauen auf ich wollte grad runter kommen warte weiter 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 hol oh so gib's dann nicht kap das ist jetzt macht warte bevor wir haben keine tränke mehr ist also stark geworden ach nein, nein, nein Weltkarte warum wissen wir das dass wir gerade da sind ja, kann ich denn auch mal Drecksack auu auu alter Alter. Boah. Guck dir den Pisskopf dahinten an. Pisskopf. Nehmt mal was zu essen dabei. Und das Öl. Keine Ahnung, warte warum. Kann man Öl bei der Arbeit äh trinken? Boah, der hat doch nur 14 dabei gehabt. Das habe ich schon der Chef. Peters Logbu. Okay. Schema, Handkäse, Runenstein. So. Okay. Hmm. Gehen wir runter. Zur nächsten Quest. Und zwar sind ja nur zwei Quests, ne? Die drei. Okay. Langzamer. Das war schon. Und dann gibt's noch alle Yisuke. Ome Scheixa. Er könnte aber schön singen. Lalala. Wir haben 3 von 4. Warum? das wird die... ah, wahrscheinlich... oh die... what the fuck... wow, ey, das hat er gemacht... NUTZ DAAA! Jetzt geht's! Keine Ahnung warum... Awww... Awww... ... 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 Der kann echt gut verteidigen. Der Limmel hier. Hm? Ein dummer Tod. Ah, dann bist du auch noch da. Klar hat sich wieder eingekriegt, weißt du. Zwei Schläge und dann verteidigen die direkt. Ah, wie so eine Erlösung. Ah, wir wurden erlöst. Ah, wir sind noch die scheiß Bogenschützen da. Ah, und dieser. Ah, ja. Tapferkeit zum Sterben. Ich bin geboren, um zu sterben. Ah, dieser Schild tötet, ne? Alles immun. Warte. Weiter! Alter! Alter! Du seins Sterben! Alter! Scheiß Bolzentypen. Scheiße. Oh, diese Bolzen-Scheiß-Idioten. Hunde, komm, wie die da wieder angetänzelt kommen. Wenn er tot ist, seid ihr dran. Alter. Drei Stück, Alter. Auf jeden Fall, die Verteidigung ist so die beste, ne? Freundchen. Alter. Nein, aha. Den Knüppel wollte ich nicht nehmen. Oh, manche haben echt viel Geld. Warum, weiß man nicht. Ja, das Hemd kannst du dir aus den... aus der Arschritze raus... rein... drin behalten. Was haben wir denn am meisten? vom Verzehr... Knüppel... 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 Die sind die Besten... Da ist noch einer. Ein... Odden ist noch hier. Wie ich da hinkomme, weiß ich nicht. Da ist er. Äh... 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 Oh. Keine Ahnung, wie ich hier hinkomme. Ah, Neumond Hose. Ja, das fehlt mir noch. Das ist mein Wüstungs-Set komplett geil. Zeig mal. Äh... Inventar. Minus sechs. Ja. Und die Handschuhe... Minus zwei. Cool. Hm. Keine Ahnung, wie man... Oh. Bam. Von Ernst Goals. Aha. Okay, den kann man nicht mehr retten. Ach, hier kämen wir dann da hin. Ach so. Ach, der lehnt sich da hinten. Guck mal. Der ist aber bequem. Bequem. Gehen. Und das ist mein Hö. Und das ist mein Bakzen. Du weg.